Ich habe Freude am Leben, ich geniesse das Leben und ich glaube, das ist meine Person. Ich bin da wirklich lernwillig und versuche immer besser zu werden, jeden Tag. Ich bin noch nie so umworben worden und das war nachher auch der ausschlaggebende Punkt, dass ich mich gegen andere Optionen entschieden habe und für den Club. Servus aus Natschaps, aus unserem Sommertrainingslager. Wie schon im letzten Jahr werden wir euch mit kurzen Podcast-Folgen kleine Updates geben aus unserem Trainingslager in der Sommervorbereitung. Letztes Jahr war er noch nicht dabei, der mir jetzt gerade gegenüber sitzt. Das ist nämlich unser neuer Stürmer Quattwo Dur. Herzlich willkommen. Hallo, Dankeschön. Quattwo, wenn wir uns mal kurz umschauen, beschreib doch mal, was siehst du gerade? Ich sehe Weinfelder, ich sehe Berge. Die Sonne scheint, es ist ein sehr schöner Tag. Also hast du schon mal ein Interview gehabt vor so einer schönen Kulisse? Nein, mag ich mich jetzt nicht erinnern. Sehr gut. Dann freue ich mich auf das kurze Gespräch mit dir. Du bist seit Freitag Spieler von unserem Club. Erzähl doch mal, wie waren die letzten Tage? Ich weiß schon, du bist viel gereist auf alle Fälle. Gib uns doch mal einen kleinen Einblick. Genau, also die letzten Tage waren sehr stressig. Ich hatte den Medizin-Check am Freitag und Nacht, also Medizin-Check am Nachmittag, Mittag so. Und ja, war ein sehr strenger Tag für mich. Ich bin erst etwa um 11 Uhr wieder in St. Gallen gewesen. Ich bin natürlich zurückgefahren nach dem Medizin-Check, weil ich noch ein paar Sachen machen musste zu Hause. Und ja, dann bin ich Samstagabend wieder losgefahren und sehr spät am Samstag im Hotel eingecheckt und kurz geschlafen und nachher am Sonntag mit dem Team in den Bus und losgefahren. Dann ging es nämlich nach Südtirol, hier nach Natschaps. Gestern gab es noch einen kurzen Zwischenstopp. Beim Testspiel durftest du noch nicht zum Einsatz kommen. Hat es in den Füßen gejuckt. Hättest du gerne schon mitgemacht. Ja, ich hätte es nicht gerne gespielt, aber ich wusste natürlich auch, dass das wirklich stressige Tage für mich jetzt waren. Und ich hätte nicht diese Leistung abrufen können, die ich von mir selber erwarte. Und dann denke ich schon, dass es eine gute Entscheidung war, dass ich da noch nicht gespielt habe. Aber ich hoffe, umso mehr, dass ich sonntags jetzt spielen kann. Genau, am Sonntag dann. Unser nächstes Testspiel gegen WSG Tirol. Erzähl doch mal, was für Trainingslagererfahrung hast du sonst noch so? Jetzt warst du überhaupt schon mal in Südtirol? Im Südtirol noch nie, aber ja, jetzt in meinen frühen Vereinen waren wir immer so in der Türkei, in Spanien und so weiter. Genau, genau. Ja, ich weiss natürlich, dass es im Trainingslager immer, immer streng zu und her geht. Physisch, also packt man da sehr viel drauf. Und ja, jetzt schauen wir, dass wir fit werden und für das wir in der Meisterschaft angreifen können. Das physische hast du gerade schon angesprochen. Erste Einheit war dann heute, nämlich nach dem Spiel gestern im Kraftraum. Bist du einer, der da gerne mal ist oder doch lieber auf dem Platz? Vermutlich eher auf dem Platz, oder? Ja, sagen wir es so, ich bin schon lieber auf dem Platz. Aber ich weiss natürlich, dass das Gym auch dazugehört. Und ja, sagen wir es so, ich bin sicher viel lieber auf dem Platz. Aber ja, ich bin nicht ungern im Gym. Wie war jetzt das Kennenlernen mit der Mannschaft? Wie ist dein Eindruck von den Jungs? Haben die dich gut aufgenommen? Ja, sicher. Sehr sympathische, sympathische Teamkollegen. Und sie haben es mir wirklich leicht gemacht. Sie haben vom ersten Tag mit mir gesprochen und viel gelacht. Ich bin eine Person, die sehr viel lacht und auch lachen will. Und ja, das war hier der Fall. Klingt auf alle Fälle schon mal sehr gut. Jetzt kannst du vielleicht mal den Fans ein bisschen erklären, was bist du eigentlich für ein Stürmertyp? Man konnte jetzt schon ein bisschen was lesen auch in den Artikeln über dich. Vielleicht nochmal mit deinen Worten. Worauf können sich die Fans vielleicht auch ein Stück weit freuen? Ich bin ein Stürmertyp, der sehr gerne seine Geschwindigkeit ausspielt. Ich gehe sehr gerne in die Tiefe. Das Tiefenspiel ist eigentlich meine Hauptstärke. Ich versuche so Chancen zu kreieren und erwarte natürlich die Bälle auch so, dass sie mir in den Lauf gespielt werden, für das ich so aufs Tor ziehen kann. Entweder selber abschliessen oder rüberlegen. Da habe ich gar keine Probleme. Bei mir gibt es sicher auch viel zum Verbessern. Ich bin nicht ein kompletter Stürmer, aber das ist sicher eine meiner großen Stärken, also die Geschwindigkeit. Du bist ja auch noch in einem Alter, wo man sich durchaus auch noch mal ein Stück weit entwickeln kann. Absolut, absolut. Ich finde eh, man kann sich immer entwickeln, also immer verbessern und das kann man auch mit 30 oder 32. Ich bin da wirklich lernwillig und versuche immer besser zu werden, jeden Tag. Wenn man sich jetzt speziell die letzte Saison anschaut von dir in St. Gallen, würdest du sagen, dass das so auch ein Stück weit der Durchbruch in deiner Karriere war, speziell auch mit Blick auf die Rückrunde? Ja, das kann man vielleicht so sehen. Die erste Saison in St. Gallen, also vor zwei Jahren, war das meine erste Superleague-Saison, die ich wirklich auf höchstem Niveau durchspielen konnte. Und ich hatte das Glück, dass ich einen Trainer hatte, der voll auf mich gesetzt hat. Ich habe jedes Spiel gemacht und konnte zehn Tore beisteuern. Und jetzt, die letzte Saison, habe ich diese zehn Tore bestätigen können und sogar ausbauen. Deswegen würde ich schon sagen, dass jetzt das letzte Jahr eigentlich das beste Jahr war in meiner Karriere bis jetzt. Was würdest du sagen, was ist im Laufe der Saison passiert? Weil wenn man sich die Verteilung der Tore anschaut, dann fällt schon auf, gerade in der Rückrunde hat es dann sehr, sehr gut geklappt. Was lief da vielleicht dann noch ein Stück weit besser? Oder an welchen Hebeln wurde da angesetzt, um Quattwo in diese Position zu bringen? Dass er dann die Tore macht? Ja, wir hatten sicher einen kleinen Umbruch im Team. Also es sind neue, gute Spiele dazugekommen. Die Grundformation wurde geendet. Also da war ich alleine in der Spitze vorne. Und ja, wenn das so ist, dann bekommst du von deinen Flügeln sehr viele Bälle zugespielt und bist alleine im Zentrum und kannst dich so wie deine Laufwege selbst aussuchen, wie du das machen willst. Und das gehört ja eigentlich auch zu meinen Stärken, dass ich wirklich sehe, wo eigentlich Raum ist. Und ja, dann war das eigentlich, wie soll ich sagen, einfach oder einfacher, den Raum zu sehen und die Tore zu schiessen. Also das war sicher die grösste Sache, die sich verändert hat zu der Vorrunde, weil dort haben wir mit weniger Qualität gespielt, würde ich jetzt sagen. Und das ist sicher mein Glück, dass sich da etwas verändert hat im Winter. Und dann kam es jetzt zu dem Wechsel, bei dem auch ein Ex-Klubberer keine so unwesentliche Rolle gespielt hat, Ale Souta. Was hat er dir über den Klub erzählt? Der ist ja jetzt als Sportdirektor tätig bei St. Gallen. Ja, nur Positives. Also er hat auch seine Zeit hier genossen, obwohl ich mitbekommen habe, dass er abgestiegen ist. Aber er hat mir nur Positives gesagt über den Klub und hat die Fans vor allem in den Vordergrund gestellt, dass es tolle Fans sind. Und ja, für mich war das schön zu hören, aber es war, glaube ich, nicht der ausschlaggebende Punkt, dass ich hierhergekommen bin. Der Punkt, dass ich hierhergekommen bin, war, dass ich einfach die Wertschätzung gespürt habe vom Sportdirektor, Sportvorstand und, und, und. Also da hatte ich wirklich praktisch jede Woche Kontakt. Und das hat mich schon sehr imponiert, weil ich bin noch nie, auch von den vorderen Klubs, noch nie so umworben worden. Und das war nachher auch der ausschlaggebende Punkt, dass ich mich gegen andere Optionen entschieden habe und für den Klub. Ja, und unser Cheftrainer Robert Klaus hat ja auch schon verraten, dass er sich sogar schon gewünscht hätte, dass du vielleicht sogar ein bisschen eher zu uns gekommen wärst. Wie lange warst du da im Austausch? Genau, ich glaube, der erste Kontakt war vor einem Jahr. Also da hat sich schon etwas getan in diesem Jahr. Also wir waren wirklich viel in Kontakt. Eben auch mit dem Trainer und hat mir schon von Anfang an gesagt, dass er mich unbedingt will, dass er eine klare Spielphilosophie mit mir hat und, und, und. Und ja, das hat mir, wie gesagt, schon imponiert. Und ja, jetzt bin ich da, jetzt muss ich nur noch meine PS auf den Platz bringen. Sind wir alle sehr optimistisch, dass dir das gelingt. Und ich fand auch, ich war ja bei dem Termin Freitag ja mit dabei, Vertragsunterzeichnung, Medizinstellung und so, und da war Robert auch mit. Und ich fand auch, dem hat man angemerkt, dass er sich sehr gefreut hat, dass es jetzt endlich geklappt hat. Ja, danke, danke. Ich habe mich auch gefreut, ja. Du hast gerade schon gesagt, du bist ein Typ, der gerne lacht. Was bist du privat für ein Typ? Was hast du für Hobbys, Interessen, Familie? Wie schaut es da bei dir aus? Ja, ich bin sicher sehr familienbezogen. Ich mag mit Freunden etwas zu unternehmen. Ich bin, ja, wie soll ich sagen, ein warmer Typ. Ich lache gerne, ich mache auch gerne Spässe. Aber ich glaube, ja, wie kann man das sagen? Ich bin auch, ich weiss, wann ich ruhig sein muss. Also ich bin sicher auch sensibel. Ich glaube, jeder Stürmer ist tendenziell ein bisschen sensibler als vielleicht ein Verteidiger. Und ja, das würde ich schon sagen. Also ich habe Freude am Leben. Ich genieße das Leben und ich glaube, das ist meine Person, ja. Und was ich auch noch beim Blick in deine Vita ganz spannend fand, du bist in London geboren. Genau, also meine Eltern haben zuerst dort gewohnt, also respektive meine Mutter. Mein Vater war da schon in Deutschland. Und ja, dann haben sie sich in Ghana getroffen. Ja, und dann ist meine Mutter zurück nach England gegangen. Und da kam ich auf die Welt. Wir waren zwei Jahre dort und meine Eltern haben nachher beschlossen, dass das Leben in der Schweiz besser ist. Und ja, dann sind sie jobbedingt umgezogen. Also gibt es jetzt gar nicht mehr so die großen Erinnerungen von dir an die Zeit in London logischerweise? Ja, also an dieser Zeit nicht mehr. Also ich habe wirklich nur Fotos gesehen, aber ich schaue schon, dass ich jedes Jahr nach London gehe. Weil wenn ich dort bin, das Feeling ist ein anderes. Also da fühle ich mich wirklich wohl, ja. Und hast du wahrscheinlich auch schon mitbekommen, gegen wen wir dann, den wir jetzt auch im Testspiel spielen. Wahrscheinlich ist das auch eine besondere Partie für dich, oder? Habe ich mitbekommen. Ja, sicher sehr, sehr interessant. Aber ich bin jetzt nicht Arsenal-Fan, aber ja, sicher sehr interessant. Kann man schon mal mitnehmen. Genau, genau. Freitag, 8.07. um 17.30 Uhr bei uns im Max-Morlach-Schein. Dann auch für dich die Premiere bei uns im Achteck. Genau. Freust du dich drauf? Extrem, extrem. Sicher ein sehr, sehr guter Gegner. Und mal schauen, wo wir bis dort stehen. Dann kommen wir schon zum Ende. Was mich noch interessieren würde, hast du eigentlich einen Spitznamen? Ja, mein Spitznamen ist KD. KD? KD, ja. Quasi die Abkürzung dann. Genau, genau. Merke ich mir, perfekt. Dann bedanke ich mich. Wünsche dir auf alle Fälle eine tüchtige Woche hier in Natschaps. Dass alles so läuft, wie du dir das vorstellst. Und dann freuen wir uns alle auf die Saison mit dir. Dankeschön. Perfekt, dankeschön. Der Club Podcast.